Die Gruppe der Lasik-Operationen haben wir seit 1991 auf dem Markt. Die Modernisierung der klassischen Lasik begann ungefähr um das Jahr 2000, wo man die Femto-Lasik vorgestellt hat. Und seitdem ist es eigentlich der Goldstandard im Bereich der Augenleserchirurgie. Der Vorteil der Femto-Lasik ist, dass Sie eigentlich am nächsten Tag beinahe perfekt sehen. Das heißt, Sie funktionieren am nächsten Tag wirklich sehr, sehr gut. Sie müssen natürlich noch für einige Tage die Therapie anwenden, die Augen gut befeuchten. Aber Sie können eigentlich am nächsten Tag schon arbeiten, lesen, schauen, Autofahren. Das ist der riesige Vorteil, dass der Patient am nächsten Tag schon sehr gut funktioniert. Wir freuen uns auf Sie. Ich lade Sie herzlichst ein, den Selbsttest auf unserer Webseite durchzuführen. Durch diesen Test können wir grob einschätzen, ob Sie für eine Augenleser-Operation geeignet sind. Eventuell könnten wir schon Ihnen näher die Methoden vorstellen. Der nächste Schritt nach dem Test wäre eine volle augenärztliche Untersuchung, wo wir alle anatomischen Parameter bestimmen könnten. Und dadurch könnten wir Sie auch für die Operation richtig vorbereiten. Wir freuen uns auf Sie.